Du bist so flexibel mit diesem Workout, das ist einfach für mich, das hat mir ein ganz neues Lebensgefühl gegeben. Also ich habe mit der Ausbildung quasi in einen Lebenswandel investiert, ja. Hey, ich bin Annalena aus Fulda, bin 34 Jahre alt und bin eigentlich gelernte Krankenschwester, also auch immer noch, aber habe meine Stelle so weit reduzieren können, dass ich jetzt aktuell den Rest mit Hit-the-Beat-Kursen kompensiere. Also erst einmal war das ein ganz cooler Zufallsbefund über YouTube, ich lag im Bett und habe nach neuen Inspirationen für mich und mein Leben gesucht und bin auf die Videos gestoßen und habe gedacht, wow, die Musik ist einfach der Hammer, der Beat ist der Hammer und sich dann darauf noch irgendwie fitnessmäßig zu bewegen, das muss einfach cool sein und somit habe ich dann ganz spontan entschieden, mich für die Ausbildung zu bewerben. Genau, also ich habe 2016 das erste Mal schon entschieden, dass sich was in meinem Leben verändern muss und habe neben meinem Hauptberuf angefangen, Fitnesstrainerin zu studieren, also Personal Training auch hier in Berlin und habe dann aber einfach nicht den Absprung geschafft. Also ich hatte viel zu viel Angst, da irgendwie was draus zu machen, hatte auch gar nicht den Selbstwert, mich da neu zu verwirklichen und habe dann immer so von Lizenz zu Lizenz mich irgendwie durchgehangelt und ja, war einfach unzufrieden und Hit-the-Beat hat mir da geholfen, mich zu verändern. Also durch Hit-the-Beat hat sich mein komplettes Körpergefühl verändert. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel aus mir rausholen kann und ich war deutlich entspannter, ich konnte zufriedener in den Tag starten, ich hatte keine Rückenschmerzen mehr. Durch meinen Job im Krankenhaus war ich extrem gestresst, ich war übermüdet, ich konnte eigentlich immer nur noch, wenn ich zu Hause war, auf die Couch und durch dieses Functional Training hat sich einfach mein ganzes Bewusstsein für Sport nochmal komplett um 180 Grad gedreht und das hätte ich nie gedacht. Ich bin früher immer nur ins Fitnessstudio gegangen, habe da Gerätetraining gemacht in der Hoffnung, dass ich mich irgendwie besser fühle und ja, ein paar Wochen Hit-the-Beat und es war komplett wie ausgewechselt. Also zum einen habe ich zu mir selber gefunden, ich habe damals, bevor ich Kurse gegeben habe, überhaupt nicht so ein Selbstbewusstsein habe, wie ich das jetzt habe. Ich hatte da immer mal meine Schwierigkeiten und auch so vor einer Gruppe zu stehen, das habe ich mich nie getraut, auch durch meine Ausbildung im Voraus, aber dann durch Hit-the-Beat, durch die Ausbildung, durch die Gemeinschaft, durch die Motivation und dieses positive Gefühl habe ich mich einfach immer mehr herangetraut an die Sache und stehe jetzt heute da und gebe Kurs mit 30 Teilnehmern und das ist unglaublich. Ich hätte mich in dieser Position niemals gesehen. Das Beste an Hit-the-Beat ist, dass du dich aufgehoben fühlst, dass du zu dir selber findest, dass du an deine Grenzen gehst, dass du einfach selbstbewusster wirst, dass es unheimlich viel Spaß macht, diese Workouts, dass sich dein Körper einfach auch verändert und ohne, dass du irgendwelche Fitnessgeräte brauchst, dass du es überall machen kannst, egal wo du gerade bist, du stehst morgens auf und machst es zu Hause oder du fährst in den Urlaub und machst es am Strand und du bist so flexibel mit diesem Workout, das ist einfach für mich, das hat mir ein ganz neues Lebensgefühl gegeben. Also ich habe mit der Ausbildung quasi in einen Lebenswandel investiert. Ja, so kann ich es jetzt eigentlich nur sagen. 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 8, 9, the